hey zusammen ich stelle euch heute die neuen mikrofasertücher von planted eclipse vor das ganze kommt als fünferpack daher in den passenden formaten 15 x 20 cm das ganze ist wunderbar kompakt für die hosentasche das heißt auf dem feld fernab vom feld habt ihr da super schnell die möglichkeit das ganze zu verstauen oder auch zu benutzen das ganze kommt in den fünf verschiedenen designs hochwertige print designs mit zwei oberflächen eine glatte eine plüschige damit kriegt ihr eure maske auf jeden fall wieder auf hochglanz poliert gesagt das ganze als fünferpack für 14 90 zu bekommen ab jetzt verfügbar